Dein Weg zu Klarheit, Kraft, Stärke und Weisheit. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Es gibt heute was zu feiern, denn es ist ein neues Kind geboren, und zwar im übertragenen Sinne. Seit ganz kurzer Zeit ist die spirituelle Therapie minusonline.de am Start. Es ist eine ganz geniale Zusammenarbeit mit Rudi Alexander Daniel, den du vielleicht auch schon kennst. Wir haben schon einige gemeinsame Webinare zusammen veranstalten dürfen. Wir hatten im letzten Jahr auch so Premiere, in dem wir ein Tagesonline-Seminar angeboten hatten gemeinsam, wo wir 40, über 40 Teilnehmer schon hatten. Wir machen jetzt auch ein physisches Seminar in Dresden, in der Nähe von Dresden, in Klingenberg. Da gibt es im Übrigen noch ein oder zwei Plätze, die noch frei sind. Ich verlinke euch mal die Seite hier in der Infobox. Vielleicht hat der ein oder andere ja Interesse, am letzten Februarwochenende nach Klingenberg zu kommen. Da geht es um das Thema, das Tor zur Seele zu öffnen. Ein physisches Webinar, also vor Ort, nicht online, wo wir in einer Gruppe von bis dann insgesamt 16 Teilnehmer, plus Rudi und ich, also insgesamt 18 Personen, ein wunderbares Wochenendseminar gestalten werden, wo wir unserer Seele ein großes Stück näher kommen und das Tor zur Seele öffnen gemeinsam. Ja, aber jetzt geht es um die spirituelle Therapie online. Wie gesagt, die Zusammenarbeit mit Rudi, Daniel, die macht uns beiden einfach so viel Freude und hat so einen großen Anklang einfach auch gefunden, dass wir gedacht haben, wir müssen da gemeinsam auch noch eine Online-Plattform erschaffen. Und so ist die spirituelle Therapie online entstanden. Auch diese Seite verlinke ich dir hier in der Infobox unter dem Video. Und da möchten wir einfach Menschen begleiten, die, ja, wirklich Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen möchten, die Beziehungen mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen heilen möchten, die dauerhaft mal in die innere Balance kommen möchten und Körper, Geist und Seele, ja, neben dem Alltagsbewusstsein hier, sag ich mal, in Einklang bringen möchten. Und Rudi ist ja seit vielen Jahren in der Richtung ein wunderbarer Begleiter, war auch viele Jahre für mich ein wunderbarer Begleiter, hat mir auch sehr geholfen, meine innere Balance zu finden mit den vielen verschiedenen Techniken und Möglichkeiten und der Hilfestellung, die er da anbietet, auch vor allem im Hinblick auf die Energiearbeit, im Hinblick auf Energieübertragung eben, da durften viele von euch ja auch schon wunderbare Erfahrungen machen, dass die Energiearbeit ja sogar online funktioniert. Und, ja, ich werde mich natürlich mit dem Bereich Mentaltraining und Systemstellen, Timeline einfach mit einbringen und das wird so eine wunderbare Kombination, eine runde Sache werden, wo wir eben auf der spirituellen Therapie online da dir eine Hilfestellung geben, geben, schenken möchten. Und zum Start dieser gemeinsamen Zusammenarbeit haben wir auch schon ein Webinar geplant und das findet statt am Samstag, dem 17. Februar um 11 Uhr. Das verlinke ich dir auch hier unten in der Infobox. Wenn du also dabei sein möchtest, fühl dich herzlich eingeladen, mit uns da gemeinsam zu feiern. Da werden wir nochmal ganz im Detail, ja, dir erzählen, euch erzählen, dich mit ins Boot nehmen, was wir uns denn da für dieses Jahr Geniales ausgedacht haben, um dich einfach dabei zu unterstützen, zu dir selbst zu finden, zu deiner inneren Balance zu finden und um dir zu helfen, auch dir bewusst zu machen, dass du selbst der Schöpfer und Erschaffer deiner Lebenswirklichkeit bist und auch, um dir zu helfen und dich dabei zu begleiten, dich zurückzuerinnern, dass du eigentlich mal auf diese Welt gekommen bist mit großen, freudestrahlenden Augen und als Kind ja auch mal morgens aufgewacht bist. Hey, was bringt der Tag heute mir? Welche Geschenke stehen für mich bereit? Dass du dir diese kindliche Neugier auch nochmal ein Stück weit zurückholen kannst und dich doch mal daran erinnerst, was denn deine Lebensaufgabe hier ist, was du denn eigentlich hier mitgebracht hast an Plan, an Lebensplan, an Seelenplan und ja, mit anderen Worten, um deine Kreativität da einfach nochmal hervorzuholen, deine Gaben, deine Stärken, aber auch gleichzeitig, dass du den Mut hast, das eben zur Entfaltung zu bringen. Also, wir werden spannende Themen haben bei diesem kostenfreien Webinar. Trag dich gerne ein, sichere dir deinen Platz und dann sehen wir uns am 17. Februar mit Rudi Alexander Daniel zusammen im Webinar. Wir freuen uns auf dich, schick dir eine herzliche Umarmung und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Amgat.